Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Roos Multiplayer Schlacht. Wir sind auf der Karte Schwerkraft Mittelpunkt heute. Ja, das ist ein Spiel TBN Clan gegen, glaube ich, Randoms würde ich sagen. Schauen wir uns mal die Teams ein bisschen genauer an. Linke Seite haben wir Smills als ein Deutscher, in der Mitte haben wir Death als ein Briter und rechts haben wir Rumpel Foreskin als ein Ami. Bei den Gegnern haben wir rechts Lucky Punch als ein Ami, in der Mitte Muslim Stalin als ein Russe und links haben wir Kamikaze als ein Briter. Ja, das wird ein ziemlich langes Ding sein. Hier werde ich auch ab und zu ein bisschen schneller laufen lassen, aber ich glaube, ein paar Sachen passieren hier schon. Ich denke, wir lassen es einfach direkt laufen und gucken, was passiert. So, gucken wir mal ein bisschen die Russe wie immer an. So, ein bisschen Blitz haben wir hier hinten bei Team Blau. Ansonsten erstmal nichts Besonderes. Hinten bei Team Rot haben wir auch viel Blitz, ein bisschen Tarnetz und so. Jetzt haben wir hier hinten überall Blitz, genau. Ja, ich mache es halt mal ein bisschen anders als sonst. Wir lassen es einfach mal laufen und gucken während dem Spiel was passiert. Also hier hinten, der Brite schickt natürlich einige Scheinpfleger jetzt nach vorne. Hat auch schon geforscht auf Spitfire, das hat aber auch The Death schon gemacht. Achso, ich glaube, das komische war hier hinten, Smills hat irgendwie ein bisschen gelegt und kam erst ziemlich spät ins Spiel rein, deswegen kommen die Gebäude auch erst zu spät raus. So, jetzt kommt natürlich auch Scheinpfleger von Death. Hier drüben, der Ami schickt ein paar Willys voraus. Ist auch richtig so, hier drüben hat Rumpel Fawkskin auch schon ein paar Willys. Aber ich finde, er sollte hier drüben auch ein paar entschicken. Achso, nee, das soll ja wahrscheinlich hier Smills machen, auf der linken Seite. So, zwischendurch wurde eine Kaserne nach vorne geschmuggelt vom Ami, der jetzt natürlich Rangers pumpt wie die Sau. Die Stadt möchte er gleich besetzen, hier drüben. Dagegen pumpt jetzt Smills STKFZ, jetzt probiert The Death zu helfen. Aber die Infanterie, wenn die zu nah kommt, ist sie sehr gefährlich. Die haben auch schon einen STKFZ ausgeschaltet. So, hier hinten tut jetzt der Rote Brite in Manöver fliegen. Schickt seine ganzen Spitfire vor mit Scheinpflegern, aber auch einen Paratrooper. Der soll wahrscheinlich eskortiert werden und landen. Okay, hier haben die Infanteristen die Kaserne eingenommen, gar nicht so gut. Gut, jetzt pumpt natürlich hier Smills ein paar Panzer 3, um den ganzen Kram abzufangen. Und The Death probiert reinzusnipen. Dadurch, dass aber The Death abgedenkt ist, kann hier drüben natürlich der Kamikaze schön sein Manöver fliegen. Schön gemacht. Smills möchte auf jeden Fall abfangen, aber es ging jetzt gerade nicht. Der Paratrooper kommt auf jeden Fall an. Aber zum Glück pumpt jetzt hier Rumpel Forescan seine Infanterie raus. Hier drüben hat Rumpel Forescan zusammen mit Smills das ganze Ding hier sozusagen verteidigt. Hier hinten wurde er auch verteidigt, alles klar. Jetzt kommt aber hier schon der nächste Paratrooper von Kamikaze an, auch eskortiert von zwei Spitfires. Aber jetzt hat mittlerweile auch Rumpel Forescan Luftabwehr. Und sehr schön gemacht von Death hat alles abgefangen. Ja, war ein guter Versuch wert vom Roten Britte, aber er hat ziemlich viel Verluste gemacht dabei. Das war dann doch nicht so toll. So, hier hinten, ja. Hier sieht alles ganz gut aus. Die Kaserne wurde natürlich zerstört, was auch gut so war, aber Großen und Ganzen wurde es gut verteidigt. So, jetzt versucht wahrscheinlich hier The Death das Gleiche. Schön den Lufttransporter eskortieren, aber okay, jetzt kommen einige Spitfire vom Roten Britte. Da wird es, denke ich, mal abfangen können. Ah, der Paratrooper wurde aber abgeschnickt. Aha, aber M16 waren auf dem Feld, die haben natürlich den Paratrooper getötet. So, sehr schön, Rumpel Forescan tut jetzt überall ein bisschen Luftabwehr hinpumpen. The Death nutzt die Gunst der Stunde und snipe den Rest weg, der noch am Boden hier hinten ist. Ja, neue Kaserne ist da von Smills. Der kann jetzt natürlich wunderbar Infanterie gegenpumpen, alles klar. Was macht der Flieger hier? Okay, der war wahrscheinlich falsch gemeinert. Aber er lebt noch, Glück gehabt. So, jetzt tut hier der Rote Britte auch ein bisschen rein snipen, aber jetzt hat er ganz viel leere Flieger und jetzt wird er verfolgt von TBN The Death. Sehr schön gemacht. Jetzt wird er ihm auf jeden Fall zwei mindestens wegnehmen. Gefährliche Sache ist, dass hier hinten der Britte zeigt, dass er Admins baut. Das sollte man verhindern, dass die Gegner das sehen. Aber okay, sie können sich's leisten. Hier hinten sind auch Admins. Durch den anfänglichen Druck, den wir auf Team Blau gemacht haben, wo die verteidigen mussten, haben sie halt schön die Gunst der Stunde genutzt. Und haben Admins gebaut, Verwaltungsgebäude gebaut. So, jetzt kommen hier auch ein paar Bofors einfach überall ein bisschen in die Wälder. Drüber schwebt jetzt natürlich der Rote Britte, welcher auch schon, wie ich sehe, ein Lancaster hat. Okay, ob der jetzt Sinn macht, grad weiß ich nicht, weil er hat nicht genug Flieger, um Lufthoheit zu halten. Aber der soll wahrscheinlich außen rumgeschlichen werden. So, Rumpel Foreskin. Ich meine, The Death hat jetzt auch Wellington, einen Aufklärer und hat einige Spitfire. Das heißt, den Wellington könnte er schon durchbringen, wenn er ihn schön eskortiert. So, vier Spitfire gibt's. Hier hinten pumpt der Britte natürlich nach, weil er sieht, was auf ihn zukommt. Oh, oh, hier sind schon zwei Admins. Okay, die werden jetzt, glaub ich, zerbombt. Ja, sehr schön gemacht. Der Britte kann sich gar nicht wehren, der Rote, weil er hat nicht genug Flieger. Äh, okay, das war ein wichtiges Bombing, sehr wichtig. Weil jetzt wurde der anfängliche Vorteil von Team Rot damit zunichte gemacht. Klar, punktemäßig sieht's generell ganz gut aus für Team Blau, weil sie gut verteidigt haben. Aber geldmäßig ist Team Rot schon ziemlich gut dabei, weil sie haben halt am Anfang schön während dem Angriff die Zeit genutzt, um Admins zu bauen. So. Okay, mittlerweile gibt's hier schon King Tiger auf dem Feld, alles klar. Die Gegner haben Jacksons, aber natürlich hat The Death auch Hurricanes, mit denen er den Kram wegholen kann. So. Ja, Team Rot nervt wirklich an verschiedenen Fronten, das ist auch richtig so. Oh, das ist stark, hier hinten gibt's jetzt schon, was haben wir da? Zwei Push-Gars, das tut natürlich ordentlich Druck aufbauen auf die Gebäude und so weiter hier. Und auf das Nachschubdepot. Hier hat Rumpel Forskin auch auf Jacksons getaggt, alles klar. Sehr schön, der Rote, Britte snipet. Okay, das war nicht so schlau. Jetzt wird er auf jeden Fall Flieger verlieren. Sehr schön vom, äh, Russen, der hat, vier Push-Gars haben wir jetzt, das ist natürlich sehr stark. Der holt jetzt Stück für Stück die Gebäude weg. Durch eine Salve mit vier Stück ist alles tot, was im Weg ist. So, hier vorne. Ah, hier will auch nochmal die Infanterie durch. Ein Truck kommt aber zum Glückpunkt, äh, Smills seine Infanterie und wird es, äh, müsste er verteidigen können, kein Problem. Ja, hier gehen jetzt wirklich nach und nach die Gebäude drauf. Die ganzen Verwaltungs-, äh, ganzen Nachschubdepots werden zerfetzt. Hier hinten war eben ein kleiner, ach, jetzt verstehe ich, sehr schön gemacht. Sorry, haben wir verpasst eben. Also hier hat definitiv der Death mit dem Aufklärer zusammen mit, denke ich mal, zwei, drei, obwohl der Bomber bei ihm, hat er die Push-Gars weggeholt. Von vier ist nur noch eine übrig. Das waren natürlich dicke Punkte, auf jeden Fall. Hier marschiert jetzt die Infanterie vorne weg, gefolgt von einem Tiger, aber, ja, hier sind ganz viele Jacksons. Und auch schon Pucks im Wald. Trotzdem sehr gute Taktik, mit der Infanterie vorauszugehen, weil die macht jetzt schon Schaden an den ganzen Pucks und so weiter. Okay, jetzt kommt aber hier einiges an Rangers raus, um den Kram zu verteidigen. Vielleicht schon eine Bombe abgefangen. Okay, Infanterie hat die gegnerische Infanterie von Team Blau ausgelöscht. Naja, wirklich diese Push-Gars zu entfernen, war wirklich sehr wichtig. Jetzt können sie nämlich hier die Nachschubdepots wieder aufbauen. So, hier kommen jetzt einige Jacksons nach vorne und das Dumme ist, dass hier Infanteristen stehen und dann kann der Jackson nicht weiter. Wow, hier gibt es gut Druck. Aber Rumpet Forskin kann ziemlich schnell nachpumpen, also ist das Ding ja desicht. Wow, hier kommt ein Bomber und der wird die Kaserne nicht wegholen können. Krass, schön, aber er wird zerstört, auf jeden Fall. Achso, hier hinten kreist schon wieder The Death rum mit seinen Bombern. Und ein Aufklärer und der holt alle Admins weg. Okay, das war natürlich richtig krass jetzt. Sehr schöner Angriff von The Death. Der hat zwar jetzt auf jeden Fall ein paar Flieger verloren bestimmt, aber jetzt sind sie auf jeden Fall im Verwaltungsgebäude. Vorteil, Team Blau. Achso, okay, und schon ist einer raus. Ja, Gebäude gehen immer weiter drauf. Hier vorne zwei Panzerbasen weg durch die Push-Gars. Wieder drei Push-Gars im Spiel. Ja, Team Blau ist sehr defensiv ausgerichtet, liegt aber eher daran, am Start des Spiels, wo sie Druck bekommen haben und Rot sehr schnell nach vorne geprächt ist, um die Mitte zu sichern. Aber ich denke, das wird sich nach und nach verändern. Die Push-Gars haben halt auch den Druck aufrecht erhalten, weil sie alle Gebäude vorne weggefetzt haben. Okay, jetzt gibt es hier Mächtigdruck. Jacksons und vorneweg Rangers. Und natürlich von hinten die Push-Gars, die immer weiter die Gebäude zerfetzen, immer weiter. So, mittlerweile, wahrscheinlich durch das Bombing, obwohl hier sind noch einige Flieger, dachte ich jetzt, dass Team Rot Lufthorheit hat, weil die haben auch ziemlich viele Flieger, aber ich... The Death hat schon mehr, als ich dachte. So, also ich muss sagen, Team Rot macht auch einen ziemlich ordentlichen Job. Die tun ordentlich Druck aufbauen. Okay, jetzt kommt Paratroopers an. Okay, drei in der Zahl könnten schon durchkommen vielleicht, aber hätte sie als... Nee, jetzt fängt der jetzt alles ab. Schön gemacht. Ja, also die Push-Gars war eine wirklich gute Entscheidung. Gerade in der Drucksituation, wo sie nur noch zwei gegen drei sind, haben sie wirklich ordentlich Druck aufgebaut und haben die Gebäude entfernt. Ja, die Kadern ist auch gleich tot, denke ich mal, hier. So, The Death probiert jetzt ein bisschen die Luftabwehr am Boden wegzuholen, damit er da nicht mehr so viele Probleme hat in der Mitte mit seinen Fliegern. Ah, jetzt kommt hier auch ein Lancaster. Schön auf die Infantriebe im Wald. Boah, der Bombenteppich ist voll vorbeigegangen, das ist ja krass. Ja, das habe ich gemeint. Und die Kaserne hier ist tot und jetzt schießen die Push-Gars wieder auf die beiden Panzerbasen hier. Ja, das ist echt übel. Also schön gespielt von Team Rot auf jeden Fall. Ja, es wollte The Death wieder die Push-Gars wegholen, aber irgendwie hat es nicht ganz geklappt, weil so viel Luftabwehr hier steht. Okay, hier werden jetzt weiterhin Admins gebaut, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen, Einkommen zu sichern. Hier sind auch einige Admins weiterhin vorhanden. Also, wie gesagt, Team Rot Respekt, die machen auch einen richtig guten Job. Klar, durch den Start hatten sie schon einen kleinen Vorteil, weil sie so viel Druck aufgebaut haben. Jetzt fangen sie sogar an, in der Mitte Gebäude zu nehmen. So, mittlerweile gibt es jetzt hier auch drei Priests und drei Priests sind eine gute Hausnummer, die machen ordentlich Schaden, guten Splash-Damage und haben halt eine Rüstung, sind also nicht anfällig gegen gegnerische Artillerie, also perfekter Counter gegen die Push-Gars. Ja, hier wird alles, was durch wird, abgefangen von Team Rot, sehr schön. Ah, sehr gut reagiert vom Roten Dritten, wunderschön gemacht. Ein Schuss, eine Priest tot, zwei Hurricanes, zwei Priests tot. Da ist erstmal die Gefahr gebannt. Wieder ein mächtiger Vorstoß von Team Rot mit ganz vielen Rangers. Ja, mittlerweile hat Team Rot überall Luftabwehr, also ziemlich schwer momentan für The Deaths was zu machen. Okay, hier ist ein Blockhaus, das dürfte das meiste fernhalten. Okay, die Priest hat es, glaube ich, irgendwie geschafft, die Kaserne hier wegzuholen, aber UHQ steht noch. Ja, überall kleine Nerv-Trupps von Team Rot. Ich hoffe, dass sie jetzt das Nachschub-Depot angehen, obwohl es jetzt eh kaputt ist. Die Push-Gars sind echt ekelhaft. Machen alles kaputt hier, obwohl es jetzt zum Glück Tarnetz, das heißt, der ist erstmal ein bisschen Ruhe. Der Britte hier hinten macht auch einen starken Job, der tut alles vermischen, er nimmt, er vermischt Lufttransporter mit Bombern, mit Spitfiren, mit Hurricanes, mit Aufklärern. Also, guter Job, auf jeden Fall, klar. Die Mitte haben Team Rot auf jeden Fall safe. Und hat diesen Dauerbeschuss der Push-Gars auf die Gebäude. Und die Infanterie vorne weg. Und jetzt gibt es einen Luftangriff mit ganz vielen Fliegern. Wow, nee, oder das wird ein Bombing geben. Scheiße. Oh nein, die gehen sogar auf das los. Was auch vollkommen richtig so ist. Schafft er ein Bombing abzuwerfen oder nicht? Wow, krass, was ist denn hier los? Jetzt kommen auch noch Paratroopers dazu. Also, schöner Versuch. Leider ein bisschen Pech gehabt. Okay, die werden jetzt abgefangen, die ganzen Paratroopers. Sehr schöner Versuch von Team Rot. Er heißt ja auch Kamikaze. Sehr schade, dass es nicht geklappt hat, wirklich. Aber, ein Versuch war es auf jeden Fall wert. So, weiter geht's. Die Mitte ist soweit immer noch ziemlich safe von Team Rot, die auch wirklich mittlerweile ein paar Minuten lang Nachschub aus der Mitte abzwacken konnten. Ja, das kann jetzt eigentlich fast gar nichts mehr in der Mitte hier machen mit seinen Fliegern. Da ist überall Luftabwehr und drüber schweben ganz, ganz viele Spitfire von Team Rot. So, ich... Kommt jetzt einfach mal ein Bomber, der das Blockhaus wegholen will, aber er wurde gerade noch abgefangen. Die Kaserne ist aber draufgegangen. Hier schleicht sich Infanterie durch, also wirklich Respekt. Richtig guter Job von den Jungs hier. Ja, die Pushkas sind echt übel. Das ist echt eine Hausnummer. Okay, da der Russe ja jetzt weg ist, gibt's natürlich jetzt keine neuen Pushkas mehr auf dem Feld, aber die, die noch stehen, die benutzen sie halt noch. Ja, der Desk kann gar nichts machen in der Mitte. Klappt der Bombing? Ne, auch gut abgefangen. Das hat er nämlich... Ja, also Team Rot weiß, was sie machen. Auf jeden Fall auch sehr stark gespielt, wirklich Respekt. Ich weiß gar nicht, ob die sich kennen, die beiden, aber die machen auch wirklich einen richtig guten Job hier. Team Blau natürlich auch. Definitiv, ich meine, das ist zwar ein Clan gegen Randoms, aber wenn die Randoms so einen Druck aufbauen, muss man halt auch erstmal verteidigen können. Und das ist gerade mächtiger Druck, der von Team Rot ausgeübt wird. Ist halt wieder auch die Situation, dass wenn man zu zweit gegen drei spielt, hat man trotzdem das Einkommen von drei. Kann also sich spezialisieren auf Einheiten und dann davon ganz viele bauen. Das hat also nicht nur Nachteile, wenn man weniger als die anderen ist. Man darf halt dann nicht seine Einheiten zusammeln. Man muss sich spezialisieren und dann ganz viele davon bauen. Ja, wunderbar. Schönes Teamplay. Der Brite und der Armee machen echt einen geilen Job zusammen halt. Ja, die probieren es wirklich mit allen Mitteln, aber irgendwie klappt es halt nicht richtig. Ah, sehr gute Wahl. Jetzt hat die hier hinten Smilt sich schwere Artillerie geholt. Das ist ganz gut so, weil die schießt, glaube ich, weiter als die Pushkas. Oh, das können wir gerade mal nachgucken. Die schwere Artillerie schießt 1,6 Kilometer. Pushkas auch 1,6. Das heißt, die könnten sich gegenseitig abschießen, aber die Pushkas hier wollen natürlich die Gebäude zerstören, auf jeden Fall. Jetzt gibt es hier auch noch Priests vom Armee. Finde ich auch gut so, weil die haben halt eine Rüstung, wie gesagt. Können aber leider durch Jagdbomber mit einem Schuss zerstört werden. Ja, natürlich die ganze Zeit macht der Armee weiter mit seinen Rangers überall in den Wald rein wollen. Ja, und jetzt kommt der Brite mit dazu, weil halt The Death einiges an Boden wegholen wollte und leere Flieger hatte. So, hier hinten passieren ein paar Schmuggelaktionen. Hier geht ein Bomber lang. Hier geht ein Bomber lang, alles klar. Ja, Rumpel Forskin muss halt wirklich richtig viel mit Infanterie arbeiten, weil, ja, damit kann man halt eine Masse aufbauen und an verschiedenen Stellen viele Einheiten produzieren. Hier hinten kommt jetzt auf jeden Fall ein Ansturm von Guards. Das heißt, der Brite ist auch auf Infanterie gegangen. Finde ich in der Situation gar nicht schlecht, weil die Guards sind auch sehr gute Infanteristen und der Brite muss halt teilweise am Boden mithelfen. Anders wird es nicht gehen. Hier hinten kommt der Bomber und der Aufklärer lang. Hoffentlich merkt Team Blaudis. Ja, The Death versucht wirklich zu unterstützen. Er opfert Flieger, damit der Schaden, der durch sein Kollege gemacht wird, so hoch ist, dass er auch diesen Schaden an den eigenen Fliegern abfangen kann. Ja, und wieder ein Paratrooper-Angriff. Krass, also Team Rot hat es wirklich geschafft, den Nachschubdepots zu übernehmen. Und Team Blau... Ah, eins wurde jetzt hier zerstört, aber Team Blau hat auch nicht ganz dumm gespielt, muss man ehrlich sagen. Nur Team Rot ist überall nervig. Jetzt kommen die Infanteristen durch, die machen die ganzen Bofors kaputt und so. Ja, der Bomber und der Aufklärer wurden geschnappt. Also die vier Nachschubdepots waren echt ein fetter Einkommensboost für Team Rot auf jeden... Oh, Infanterie kommt durch und nimmt die Panzerbasis einfach mal ein. Jetzt kommt dieser Bomber von The Death, der ist sehr aktiv auch mit seinen ganzen Flieger. Ja, natürlich geht hier hinten Pushkar-Nerverei weiter, immer weiter. Ach, und Ho-Witze haben wir jetzt auch schon auf dem Feld. Das heißt, der Brite holt jetzt auch Artillerie. Finde ich gut so. Der Brite hat gute Artillerie, also warum nicht? Und wieder Nerverei hier hinten. Immer weiter wird genervt, immer weiter wird genervt. Oh, scheiße. Das könnte er sogar schaffen, die Kaserne einzunehmen, würde ich sagen. Blitzfanatismus hat er drauf. Der Ami, oh, hat sie übernommen. Kann jetzt pumpen in der Base. Okay, jetzt muss der Death ran, auf jeden Fall. Oh, krass. Hier ist gerade ein übeler Bombing-Run in Planung bei Team Rot. Das wird nicht so nett werden. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass der Death das abfangen kann. Es gibt nämlich fast gar keine Luftabwehr mehr am Boden. Die wahrscheinlich, wahrscheinlich hat Team Rot die taktisch, oh, okay, und hier wird auch noch mit Spitfire, mit Lufttransportern der ganze Kram vermischt. Das finde ich ein geiler Bombing-Run. So was ist eine geile Sache. Paratroopers mit Bombern, mit Aufklärern, mit Spitfires. Üble Sache zu verteidigen, vor allem, wenn keine Luftabwehr am Boden ist. So, los geht's. Der Rote Britte schickt die Spitfires voraus. Und jetzt sind so viele Bomber noch... Nein, dreht doch nicht um. Achso, die Aufklärer sind nicht mit dabei, oder was? Ja, dreht nochmal um. Das... Oder auch nicht. Er will irgendwas da davor. Wow, okay, alles klar. Wow. Schade. Ja, er hat zwar einige... Och, ach so. Jetzt verstehe ich, was er machen wollte. Er hat das Hauptquartier gebombt. Okay, das ist übel. Jetzt ist natürlich der Death nur noch mit seinen Flugfeldern als aktiver Spieler dabei. Er kann nichts mehr bauen, gar nichts mehr machen. Noch ist es vielleicht sinnvoll, ihn im Spiel zu behalten als Luftmann. Aber vielleicht ist es doch sinnvoller, irgendwann rauszugehen, um das Geld den Teamkollegen zu überlassen. Okay, übler Bombing-Run. Also Respekt. Also Team Rot hat nicht vor, hier aufzugeben. Muss man ganz klar so sagen. Richtig starke Nummer. Und wie gesagt, nochmal nicht zu vergessen, Team Blau tut auch nicht aufgeben oder sowas. Ah, hier hat jetzt Rumpel Foreskin Mustangs zwischenzeitlich geforscht, um mehr Luft zu haben. Auch gut so. Mustangs sind auch geile Flieger. Zwar ein bisschen teurer als Spitfire, aber glaube ich sogar ein bisschen besser dann. Oder wollen wir mal nachgucken? Schauen wir mal nach, welche besser sind. 41,720 kmh. 41,720 kmh. Alles klar, die sind gleich gut, nur die Britischen sind billiger. Okay, hier kommt mal ein kleiner Purge-Trooper-Schmuckelei. Okay, mittlerweile hat natürlich der Ami hier Super-Purshings, die man auf jeden Fall schön braucht. Im neuen Cent sind auf dem Feld, habe ich gesehen. Alles, was das Herz begehrt. So, mittlerweile hat hier drüben, da halt wirklich das Luft-Thema ein Problem ist, aus Sicht von Team Blau, hat jetzt sich Smills Prototypen-Basis und pumpt jetzt hier einige Wirbelwind raus. Die werden definitiv helfen, weil früher oder später wird wahrscheinlich The Death das Spiel verlassen müssen. Weil er hat, vielleicht kann man das Geld eher auf Team verteilen, dass dann Smills und Rumpel Foreskin lieber andere Einheiten für das Geld bauen können, was ja The Death gerade saugt. Ja, richtig krass. Also Team Rot hat Team Blau jetzt zu 100% in der Base eingesperrt. Allein das muss man sagen, Respekt. Okay, The Death baut jetzt ganz viel Hurricanes. Okay, hier verfolgt gerade Rumpel Foreskin einige Flieger von dem Roten Briten. Ja, ich finde es gar nicht schlecht die Idee, dass jetzt zwei Stücke auf Luftwaffe gegangen sind. Hätte jetzt der rote Brite nicht The Death komplett ausgelöscht beim Hauptquartier, hätte das auch... Oh nein, Bombing Run auf beide Flugfelder. Oh scheiße, man. Richtig geil gemacht. Sehr gut gemacht, auf jeden Fall, klar. Hätte das geklappt, dass The Death nicht so viel Schaden bekommen hätte durch das Bombing, wäre es jetzt auch ziemlich übel geworden für den Kamikaze, weil er hat jetzt zwei Luftmänner gegen sich. Natürlich parallel während dem Bombing-Scheiß kommt jetzt hier auch Kamikaze durch und übernimmt alle Gebäude, die ihm im Weg stehen. Ja, ein ziemlich wildes Spiel, muss man ganz klar sagen. Mittlerweile hat auch Rumpel Foreskins Thunderbolt. Ja, was ich jetzt finde ist, klar, die sind nur zu zweit, aber die wissen, dass jetzt hier hinten The Death auf jeden Fall schon raus ist und die haben die Gegner so cool in der Base eingesperrt, ich würde die jetzt auf jeden Fall mal mit noch ein bisschen mehr Druck angreifen. Also wirklich mal ein paar Super Purjings, schön reinfahren, ganz viel Infanterie zusammen und noch Bomber und alles zu und dran, weil wenn die länger warten, wenn Team Rot länger wartet, hat Team Blau doch wieder einige Admins. Wir haben auch ziemlich viele gerade drauf, aber Team Rot hat auch einige. So, jetzt kommen hier wieder ganz, ganz viele Lufttransporter von Kamikaze. Ebenfalls kommen jetzt hier ein paar Bomber raus, glaube ich. Ja, das ist echt eine eklige Mischung, weil The Death muss natürlich... Okay, es ist aber auch sehr viel Luftabwehr hier unten, auch ein paar Wirbelwind schon mit dabei. Trotzdem kommen jetzt hier einige Bomber und alles drum und dran. Hier tun sie aber falsch... Ach, die wollen auch das Hauptquartier von ihm bomben, oder was? Boah, Glück gehabt. Haben sie nicht geschafft. Stimmt, der Kamikaze, der ist nicht dumm Kamikaze, der tut gleich die Hauptquartiere angehen, damit dann derjenige komplett raus ist aus dem Spiel. Hier hat es zum Glück nicht geklappt. Ja, Team Rot tut sich jetzt immer weiter in der Mitte mit Gebäuden ansiedeln. Vollkommen richtig so. Der Brit ist halt der Artilleriemann geworden. Okay, hier drüben gibt es jetzt auch schon... Okay, hier gibt es jetzt auch schon Mörser, richtig so. Denn die schießen locker hier hinten auf die Gebäude drauf, haben auch eben einen schon zerstört. Aber wie ich gerade sehe, ist der Death rausgegangen. Und das war wahrscheinlich auch richtig so. Weil jetzt haben die anderen beiden Kollegen von TBN haben jetzt definitiv mehr Geld. Hier gibt es auch schon Typhoons und so. Oh, hier gibt es jetzt wieder einen Infanteristenansturm durch den Wald. Okay, hier gibt es natürlich jetzt auch schon M40er, sehe ich gerade. Natürlich top mit einer Rüstung und so. Und schon wieder will der Kamikaze in Bombing fliegen. Da ist die Jagdflieger rein, aber es sind halt auch wirklich ziemlich viele Luftabwehrgeschütze. Okay, es wurde wenigstens ins Flugfeld gebombt. Und Paratrooper sind auf dem Weg. Und Superpurschings kommen von unten durch. Ach so, das ist ja krass. Hier wurde eine Panzerbasis hingebaut, glaube ich. Unbemerkt, ich habe es auch nicht bemerkt. Und jetzt kommen hier Superpurschings raus. Zum Glück gibt es hier Jacksons, wo man schnell eine Masse aufbauen kann. Und Superpurschings hat Rumpel Forskin wohl auch geforscht. Ah, es gibt Smees auf dem Feld. Smills hat auch ein Flugfeld geholt. Oh, das ist schon ein Amok-Spiel, wow. Okay, die Superpurschings hier wurden verteidigt. Es werden jetzt auch immer mehr und mehr britische Flieger entfernt, weil halt beide der Smills und der Rumpel Forskins auf dem Flugfeld gegangen sind. Oh, hier sind zwei Gebäude eben zerstört worden durch Artillerie von Briten. Was haben wir hier für einen Stapel? Ja, hier ist auch eine starke Truppe. Hier haben wir Jackson, Superpurschings, M19, Aufklärer, alles schön dabei. Und natürlich den Dauerdruck der Artillerie von hinten drauf. Ja, jetzt sterben ziemlich viel Flieger von Rumpel Forskin. Und wie der Infantilie mitten durch will. Ja, ganz viel Artillerie, der Britte, also Respekt. So, hier kommen jetzt wieder ganz viel Bomber, wahrscheinlich auch Aufklärer mit dabei. Aber hier ist zu viel Luftabwehr und zu viel Flieger von Team Blau mittlerweile. Ja, okay, das jetzt, das habe ich gemeint. Jetzt hat nämlich Team Blau ganz viele Verwaltungsgebäude. Ähm, klar, Team Rot hat auch wahrscheinlich genug Geld, aber wenn jetzt hier, hier sind ganz vier Panzerbasen, dann kann nämlich irgendwann Smills ganz erbaut Panther und zwar, guckt euch mal an, wie schnell es jetzt geht. Ich glaube, hier sind auch zweifache Geschwindigkeit, trotzdem geht es ziemlich schnell hier. Und so ein Riesenhaufen Panther kann natürlich schon einiges wegputzen. Und King Tiger wäre, ne, hier sind nur Panther, genau. Ja, auch schön unter Funkstille. Okay, ach, das habe ich gar nicht gepeilt. Hier sind ja wieder Panzer mitten in der Base. Die sind durchmarschiert und machen jetzt ganz viel Schaden. Okay, jetzt werden wahrscheinlich alle Thunderbolts, die überhaupt möglich sind, draufgeschossen. Ja, okay. Natürlich, die Artillerie wurde auch schön mitgerückt. Taktisch sehr gut gemacht. Also, ich weiß, mir kommt es doch vor, als würden die beiden vielleicht sich kennen und schreiben, aber bei erfahrenen Spielern, die müssen nicht unbedingt sich kennen. Die tun im Chat alles absprechen, was nötig ist. Und dann klappt es. Und das sieht auch wirklich ganz gut aus gerade, was die hier machen. So, jetzt kommt hier ein Riesenschwung Panther durch. Und sowas kann schon mal ein Schock sein. Ja, direkt vorrücken, gar nicht warten. Gleich rein, dass der Ami gar nicht seine Super-Purchings bauen kann. Ja, ist halt kein Aufklärer mit dabei. Das ist nicht so toll, aber egal. Die Mitte muss ausradiert werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Super-Purchings wurden zu spät produziert. Da hätte man früher anfangen müssen. Ja, sehr schön. Okay. So, und schon rücken die Einheiten, die hinten waren, auch ein bisschen mit nach vorne. Okay, aber die Artillerie ist halt auch noch damit. Ah, sehr schön. Hier drüben kommen jetzt ein paar Super-Purchings, um hier Stress zu machen. Aber hier sind zu viel Jacksons. Da können sie nicht durchkommen. Das glaube ich nicht. Ja, hier drüben mal einfach reinfahren. Die Base. Ja, jetzt produziert natürlich der Rote-Brite Jagdbomber wie verrückt. Aber so ein Panther-Rush ist schon eine üble Hausnummer. Also das könnte auch wirklich klappen. Klar, die Bomber denkt man erst mal machen gar nichts, aber die tun schon ein bisschen die Rüstung ankratzen. Und wenn immer mehr und mehr Bomber kommen, dann kann das schon sein, dass die wirklich so verletzten, dass dann nur noch ein Hurricane-Schuss reicht, würde ich sagen. So, der Brite pumpt Pack wie es geht, aber jetzt kommen hier einige Jacksons raus. Ja, aber der Schaden wird jetzt ziemlich, ziemlich groß. Okay, aber Team Rot führt immer noch. Nichtsdestotrotz wird der Schaden, denke ich, viel zu groß sein. Bei Team Rot, obwohl jetzt kommen die ganzen Jacksons. Ich denke mal, okay, die können sich schon noch einigermaßen aufhalten. Zumindest bevor das Hauptquartier stirbt, würde ich sagen. Und so viele Flieger wurden jetzt auch nicht unbedingt getötet. Okay, haben es verteidigt, alles klar. Was haben wir hier? Okay, jetzt geht hier eine Riesenmasse an Schirmans Produktionen los. Ja, okay. Schirmans, wie gesagt, sind ja nicht die allerbesten Panzer, vor allem nicht in so einer späten Phase des Spiels. Es sei denn, man baut so viele wie er. Das wird wahrscheinlich den Huni bald ankratzen, weil dann ist nämlich der Hintergrund folgender. Genau, sehr gut. Jetzt kommen nämlich noch King-Tiger dazu, die fetten Schaden austeilen. Das heißt, das sind einfach alles nur verschwenderische Meat-Shield-Panzer. Und da das so viele sind, werden die Jagdbomber von den Briten Probleme kriegen, wenn sie snipen, weil sie werden aus Versehen manchmal auch Schirmans anstatt die King-Tiger abschießen. Und das ist ja genauso gewollt. Die King-Tiger sind die Haupttruppe, die durchkommen soll. Genau, und jetzt kommen ja auch einige Wirbelwind. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Endeangriff. Und da wird es schwer zu verteidigen sein, auf jeden Fall, zumal die ist wohl ziemlich spät angefangen zu produzieren. Okay, noch sammeln wir einige Panzer. Aber ich denke, ziemlich bald wird es losgehen mit dem Angriff. Ja, jetzt geht der Angriff los. Ich hoffe, die haben auch Aufklärer mit dabei. Oh, die sind auch ganz viel Paks oder was. Ne, das sind alles Luftabwehrgeschütze. Okay. Alles voller Admins, okay. Ja. Das Spiel wurde jetzt, glaube ich, wirklich gedreht. Ja, okay, ich denke, jetzt wird es langsam... Okay, drüben wurden auch noch ein paar King-Tiger hingestellt, um den linken Kram hier abzufangen. Aber irgendwie... Ah, jetzt geht's los, alles klar. Auf, Schirmans, mitkommen. Warum machen die denn nichts? Ach so, hoffentlich leckt das Spiel jetzt gerade nicht. Und Infanterie kommt mit. Einiges an Infanterie. Klar, die Artillerie schießt natürlich in die Base rein, wird noch ein paar Admins wegnehmen, aber... Und hier kommen noch ein paar Bomber an, wobei ich denke, die werden abgefangen werden. Ah, jetzt bewegen sich die Schirmans. Und zwar haben die erstmal gewartet, wahrscheinlich, wo sie mehr gebraucht werden. Okay, die wollen hier hinten durchmarschieren. Okay, der Erste ist raus. Ich denke, dann wird Kamikaze wahrscheinlich auch rausgehen, weil das macht jetzt wirklich keinen Sinn mehr. Alleine ist es echt schwer. Aber wirklich dicker Respekt an Team Rot auch, ohne Mist. Also die haben richtig geil gespielt. Wow. Zu zweit gegen drei. Und dann nicht die Nerven zu verlieren, auch noch gegen einen Clan, der ja wirklich gut gespielt hat und so weiter. Bis auf den Druck am Anfang, den sie abbekommen haben. Ja, okay, Fireflies, ja, das hätte man vielleicht früher überlegen können, aber er will nicht aufgeben, der Brite. Auf gar keinen Fall. Er hätte auch, also Team Rot hätte auch verdient zu gewinnen, aber in dem Fall hat er taktisch doch auch Team Blau den guten, ähm, den kühlen Kopf bewahrt. Und hat jetzt dann doch die richtigen Entscheidungen getroffen, weil jetzt sieht es nicht gut aus. Jetzt wird alles hier platt gehen, glaube ich. Dicke King Tiger mit ganz vielen Shermans vermischt. Und auch noch Infanterie sogar dabei. Hinten lauern einige Flieger, um solche Bombersachen abzufangen. Okay, der Rote Brite will wirklich nicht aufgeben. Er will Team Blau auf jeden Fall Schaden zufügen. Ich finde es lustig. Wie gesagt, er hat es verdient weiterzuspielen. Richtig geil gezockt die Runde, ey. Ja, Bombing Time, aber es ist wirklich viel zu viel Luftabwehr hier. Und so viel Flieger. Also, klar, er macht das wieder vollkommen richtig. Erst die Spitfires rein, dann kommen die Bomber, zusammen mit den Aufklärern und sogar noch ein paar Hurricanes. Ein paar Admins nimmt er weg. Ja, er hat die Punkte sich verdient, auf jeden Fall. Und die Schirmens-Produktion geht immer weiter, glaube ich. Ein bisschen schneller jetzt ist das Ding auf jeden Fall erledigt. Genau, die Reste werden entfernt. Genau, okay. Wieder mal ein langes Ding. Vielen Dank an alle Spieler. Generell muss ich echt sagen, also richtig coole Runde hat mir gut gefallen. Schönes Hin und Her und so weiter. Ich hoffe, ihr fandet es auch ganz cool. Ja, und wie ich schon in dem Video vorhin angekündigt, oder, nee, wie am Wochenende angekündigt, muss ich ja jetzt leider ins Krankenhaus, Operationen und so, Reha-Kram noch alles. Das heißt, die nächsten zwei, drei Wochen ist mindestens erstmal ein bisschen Ruhe. Vielleicht mal gucken, wie es mir nach der OP und so geht, wenn ich wieder zu Hause bin. Vielleicht geht dann doch mal ein kleines Video oder so, aber ich denke eher nicht die nächsten paar Wochen. Ähm, genau. Ich würde sagen, dann sehen wir uns alle wieder. Wenn ich wieder fit bin, zockt schön weiter, Roos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.